Ja, da bin ich schon wieder und ich habe tatsächlich aufgenommen. Wir erkunden erstmal hier die Stadt, schauen uns aber noch den Pip-Boy an. Hier sehen wir unseren Status, wie geheilt ist und ob verkrüppelt, aber alles im Grünbereich. Und wir haben gleich zwei Waffen, die Laserpistole, Stärke 1 und die 9mm Pistole. Ich nehme mal die 9mm Pistole. Kleidung, haben wir unseren Overall. Kleidung kann aus ganz verschiedenen Ausrüstungsarten bestehen. Angefangen bei Hemd und Hose, Überpanzerung bis hin zu Sonnenbrillen und Hüten. Okay. Ja, Hilfsmittel haben wir auch schon ein paar, die uns heilen. Sonstige, auch ein paar Sachen. Munition natürlich auch. Ja, Munition. Und Waffen. Dann können wir noch Daten anschauen. Da ist jetzt zum Beispiel das Radio. Hier haben wir keinen Empfang. Und dann haben wir auch noch die Weltkarte. Da befinden wir uns. Und dann haben wir auch noch Aufgaben. Wieder im Sattel. Mit Sunny Smiles im Prospector Saloon sprechen. Da sind sie lang. Okay, das dauert noch. Erstmal gehe ich in den Saloon. Ja, lokale Karte. Okay. Dann haben wir hier die Waffe und ich versuche die mal wegzustecken. Genau, dafür die Taste R gedrückt halten. So sieht es auch aus von weiter weg. Und ich spiele bis jetzt noch mit der deutschen Version. Auch später auch. Aber ich versuche mir dann einen Patch drauf zu machen, damit ich auch die Uncut-Version habe. Denn ich denke, das wird doch einfach viel besser. Ähm, Verkaufsautomat. E. Verkaufsautomat. 5 Kronkorken. Sunset. Äh. Saras Parilla. Saras Parilla. Okay. Ich nehme einfach mal Sunset, nenne ich das jetzt so. Wiegt natürlich auch alles was. Hier können wir nicht rein. Dieses Schloss kann nicht geknackt werden. Ähm, sonst befindet sich ja hier nichts. Und, ja. Wir gehen gleich mal hier in die Stadt runter. Naja, Dorf. Und erkunden hier mal alles ein bisschen. Da habe ich auch einen Dorfbewohner. Kann ich mit dem sprechen? Ja. Haudi. Haudi. Ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, aber in letzter Zeit kommen viel zu viele Fremde in die Stadt. Okay. Ja, ich ziehe mal nicht mit der Waffe auf ihn. Ist ja niemand. Mein Haus. Da können wir sogar reingehen. Kann ich euch auch was zeigen hier. Jetzt ist das unten rot. Ja, da würden wir das stehlen. Und ich glaube, der würde das auch bemerken. Deshalb klaue ich hier einfach mal nichts. Klauen ist nicht so meine Art. Oder doch. Briefkasten ist leer. Werbe anscheinend auch keine Sünde, da was mitzunehmen. Müllcontainer. Klebeband. Interessant. Ja, ich nehme einfach mal alles mit. Nichts. Könnte ja sein. Hier gibt es irgendwas Wichtiges. Mojave Express Briefkasten. Leer. Willkommen beim Mojave Express. Vielleicht sieht es auch falsch aus. Mojave Express Briefkasten. Wie diese können verwendet werden, um Gegenstände zu anderen Mojave Express Briefkasten liefern zu lassen, die sie entdeckt haben. Sobald sie einen Mojave Express Briefkasten gefunden haben, müssen sie ihn nur aktivieren und können diesen Ort dann benutzen, um Gegenstände zu verschicken oder zu erhalten. Wie aktiviere ich den? Sie müssen einen zweiten Kasten des Mojave Express finden, bevor sie etwas verschicken können. Okay. Kiste. Oh, da müssen wir was klauen, aber ich will ja überhaupt nichts klauen. Äh. Nachladebank. Ah. Okay. Was haben wir hier? Eine Werkbank. Da könnten wir auch was reparieren und... Ne, zusammenbauen. Können wir uns da Sachen. Hier gibt es auch Kisten. Auch immer diese Getränke. Ich nehme einfach mal alles mit. Ich kann ja immer noch Sachen wegschmeißen, wenn ich was nicht brauche. Aber jetzt am Anfang. Hm, mal schauen. Ob ich irgendwas mal wo verkaufen kann. Und ich gehe einfach mal überall hin, ohne irgendwelchen Tieren zu nahe zu kommen. Ah, da können wir nicht rein. Der schaut irgendwie gefährlich aus. So als würde er uns aufspießen können. Und die Atmosphäre finde ich richtig gut hier im Spiel. Hm, da können wir in den Saloon. Haben wir hier noch was? Nein. Ich gehe mal in den Saloon. Schaut es aus wie der Hintereingang. Wenn mal die Ladebildschirme zu lang dauern, werde ich die auch raus machen. Ah, hier haben wir auch ein Klo. Können wir auch raus trinken, natürlich. Mal wieder. Waschbecken. Sehr schön. Da ist auch noch ein Raum. Ja, da ist der Saloon. Ja, ich schaue mich noch ein bisschen hier um. Da geht es nicht durch. Ja, auch Saloon. Jukebox. Okay. Ja, klauen will ich jetzt einfach nichts. Platz, Cheyenne. Keine Sorge. Sie beißt nur, wenn ich es ihr sage. Ah, Sunny Smiles. Okay. Doc Mitchell meinte, dass sie mir beibringen könnten, in der Wüste zu überleben. Ich muss nach Prim. Prim. Können Sie mir eine Route empfehlen? Ich bin momentan etwas knapp an Kronkorken. Es gibt hier wohl nicht zufällig etwas Arbeit. Was machen Sie hier? Sprechen wir über die Gebiete um Goodsprings herum. Auf Wiedersehen. Kronkorken sind hier übrigens im Spiel die Einheit, also Währung. Arbeit. Oder Überleben. Ich weiß nicht, das sieht man alles. Nein, nicht in Goodsprings. Oh, schade. Wenn Sie auf altes Zeug scharf sind, gibt es hier jedoch das Schulgebäude. Das meiste da drin dürfte Schrott sein. Aber es gibt einen alten Safe, den nicht mal Easypeed mit seinem Dynamit aufbekommen hat. Wenn Sie es mal versuchen wollen, nehmen Sie die hier. Ein Magazin über Dietriche. Wozu brauche ich die H-Klammern? Ja, H-Klammern. Die brauchen Sie, um das Schloss zu knacken. Aber seien Sie vorsichtig. Zu viel Druck und sie bricht ab. Und dieses Magazin, Dietrich und du? Wenn das Schloss zu viel für Sie ist, dann hilft es vielleicht, wenn Sie mal das Magazin durchlesen. Okay. Okay, ich schaue mir diesen Safe mal an, wenn ich dazu komme. Ich helfe immer gern, wenn jemand mal Pech hat. Okay. Doc Mitchell meinte, dass Sie mir beibringen könnten, in der Wüste zu überleben. Was machen Sie hier? Ja, ich gehe erst mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, ja. Ich möchte mir nämlich mal das hier anschauen, wie das dann so ist mit dem Aufbrechen. Aufgaben. Ist das jetzt hier eine neue? Äh, nein. Okay, ich dachte jetzt eigentlich, ich könnte hier das gleich irgendwie sehen. Schule. Soll ich jetzt hier Schule suchen? H-Klammern. Wo habe ich die denn? Bei Gegenstände? Sonstige? H-Klammern. 15. Hm. Ich kann ja mal die Schule suchen. Ähm. Ob ich sie denn auch finde, ist die andere Frage. Okay. Aber. Das da hinten schaut mir nach Schule aus. Sehe ich das hier auf dem Pip-Boy gleich? Nicht Statistiken, Daten, Weltkarte, lokale Daten, äh, Karte. Ähm. Was ist das? Was ist das? Mitchell's Haus. Tankstelle. Saloon. Äh. Saloon. Okay. Scheint so, als würde ich es hier nicht finden. Naja. Äh. Moment. Falsche Taste. Ihr seht, ich kenne mich noch gar nicht aus. Ich weiß nicht, finde ich die Außenansicht besser oder die, ich glaube, die Ego-Perspektive. Schauen, ob es irgendwas gibt. Eigentlich müssten ja hier Leute wohnen, die mich dann bemerken, Truhe, Leer, alle.